Immer ist da irgendwo eine Röhre, die funktioniert. Äh! Los, explodier! Da hinten. Und du auch. Bäm! Kettenreaktion. Bäm. So. Wuh! So hoch komm ich nicht. Mist. Oh, jetzt eine... Komm schon, eine Feder, eine Feder, eine Feder. Du willst mir eine Feder geben. Oh, du willst nicht. Dankeschön. Dankeschön. Ist ganz toll. Wetten, da komm ich nicht durch. Oh. Aber es ist ein Leben dort. Ja. Wuhu. Toll. So, da komm ich jetzt auch nicht durch. Wehe, ich komm da nicht durch. Aber ich kann das Leben einsacken. Ey, ich komm durch. So. Da gibt's bestimmt auch irgendwas. Geh ich da runter? Ich geh da runter. Ach, was soll's. Eine Feder. Yay! Wieso wusste ich das? So, vorsichtig. Sind hier noch Gegner? Nein. Ah. Nochmal. Und... Wuhu. Und ich wette, hier muss ich lang. Nein, nein, nein. Nicht. Nein, ich will das Ding nicht. Vielleicht brauche ich meine Feder noch. Was? Da habe ich mir extra jetzt die Mühe gemacht für nix. Das ist doch nicht wahr. Es hätte ja wenigstens so aussehen können, als ob. Aber nein. So. Und wir kommen unter Zeitdruck langsam. Ich glaube, hier kann ich durch. Will ich auch. Ich bin willig, da durchzukommen. Das ist aber auch fies, ey. Haufenweise Leertore. Türen. Aber jetzt komme ich da durch. Jetzt muss ich nur mir einen Weg überlegen, wie ich da... Ah, scheiße. Und hopp. Äh. Oh nein. Das geht... Nee, ich wollte da nicht rein. Aber naja, ich muss rein. Wie es aussieht. Oder es gibt noch einen anderen Weg. Das kann natürlich auch sein. Aber ich glaube, hierher nicht. So, so. Jetzt gehe ich da mal hoch. Und hopp. Oh Gott, ich komme unter Zeitdruck. Ich mag dieses... Nicht. Oh. Doch nicht. Und, 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 und. Und? Ist es das? Komm schon. Das ist es. Ja. Zum Glück hatte ich noch dieses Fliegen. Und ich bin durch. Mensch. Mensch, scheiße. Schon wieder so ein Pilz. Kack, Pilz. Lass mich hier in Ruhe. Ich will dich nicht. Ja, wieder was zum Rätseln. It's Rätsel time. So. Oh, immer dasselbe hier. Äh. Nein. Oh mein Gott. Hm, Mist. Ja. Da. Mensch, bin ich gut heute. Nein. Dammit. Egal. Geht noch weiter. Hier erst mal lang. Du. 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 Ich hab ein Hammer, Brasskostüm. Ich kann wieder Zielen üben. Yay. Ich nehm's aber noch nicht. Ich nehm's erst, wenn ich wieder mal in irgendeinem Level abrecke. So. Ähm. Wo komm ich hin, wenn ich hier lang gehe? Wir werden es sehen. Liebe Kinder. Ja, ist schon mal nicht schlecht. Was ist das? Du. 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 Oh nein. Oh nein. Es wird immer schlimmer. Oh mein Gott. Mann Schass. Oh, ist das böse. Ich geh hier weg. So, so schlimm war es auf einmal gar nicht mehr. Oh oh. Hippa. Hilfe. Hilfe. Boah, ich hab Angst. Wo komm ich hier rein? Ach da. Oh, eine P-Feder. Sehr schön. Ich hab was bekommen. Ganz toll. Was kommen, wo kommen wir hier hin? Oh, immer weiter geht's hier. Ist ja schlimm. Wie soll ich denn alles zeigen, wenn ich gar nicht mehr irgendwann den Überblick hab? Oh, da komm ich nicht mehr weiter. Schade. Wozu bringt das dann überhaupt was? Ach, das ist ja wieder hier dieses, falls man von weit hinten weit zurück will, was eigentlich gar keinen Sinn macht. Weil, wozu? Egal. Egal. Ich komm hier noch weiter. Oh, ein Level, wo man sich das freisprengen kann. Ey, das ist ja voll im Red Faction Style. Weil, wenn jemand noch Red Faction kennt, das Spiel, wo man die Welt schön zu Klump kloppen konnte. Irgendwas sagt mir, dass diese Welt ein wenig suspekt ist. Und hier ist eine Tür. Okay. Okay. Ich hab Angst. Aha. Es geht noch weiter. Cool. Da oben war was. Oh, und wir bekommen eine Blume. Toll. Als ob ich nicht schon genug Blumen bekommen würde von... Hä? Hä? Ich komm da nicht durch! Wieso nicht? Okay. Jetzt. Ah! Nein. Nein! Was dann? Da auch nicht! Was musste ich hier nochmal machen? Hier ist nix. Was ist los? Muss ich hier wieder rein? Hä? Hä? Hier ist nix. Da ist nix! Ich hab Angst! Wie komm ich hier weiter? Äh. Oh Gott. Ich weiß nicht, wie ich hier weiterkomme. Und die Zeit läuft mir davon. Deswegen sollte ich langsam aber sicher mal gucken, was geht. Hm. Ich könnte mir theoretisch noch ein Helferli nehmen. Wenn ich denn wollte. Ups. Ich krieg dich nicht kaputt. Und gleich kommt die... Zeit runterzählen Musik. Ja, jetzt. Äh. Da ist auch nix. Also muss ich irgendwo hoch vielleicht? Nee. Vielleicht doch? Hm. Weil... Das war jetzt ein wenig eigenartig. Da komm ich zum Beispiel weiter höher? Und... Nee, doch nicht. Hä? Ich kapier's einfach nicht. Was hier anders ist, als an anderen Stellen. Jetzt geht's wieder nicht, hä? Ach, passt auf. Ich lass mich sterben, töten. Und dann benutze ich einen ganz, ganz fiesen Trick, den ich mal bei den Shopsui-Mönchen gelernt hab. Einen ganz, ganz fiesen Trick. Zeig ich euch. Zack. Zack. Oh, bin ich gut. Da, da, da. Was kommt... Wo komm ich hier hin? Nee, ich komm nirgends hin. Schade. Ey, das wäre auch noch eine Idee, das rauszufinden. Aber ich hab nicht so viel Zeit, von daher lass ich's. Besser ist. So. Komm ich hier irgendwo hoch? Bringt mir das was? Es bringt mir nichts, augenscheinlich. Deswegen werd ich jetzt hier erstmal durchgehen. Wusch. Und jetzt geht's ab nach oben. Und hier ist auch nix. Von daher kann es schon mal nicht das sein, was ich dachte. So. Na, aber wir kommen noch weiter. Wir kommen noch weiter. Irgendwo. Irgendwo wird's gehen. So. Hier oben. Äh, ja. Woher soll man das bitteschön wissen? Und vor allem, wie soll man da hinkommen? Weil, ich mein, ich hab nicht gesehen, dass es da irgendwo eine Feder gibt. Seht mal! Haha, der kann mir nix. Ne, ne, ne. Aber ich komm auch nicht zurück. Das hatten wir ja schon. Ich weiß. Deswegen machen wir ihn jetzt mal. Bäm. Oh, wieder ein Luftkampf hier. Äh, wusch. So, jetzt, komm. Zeig mir, was du drauf hast, Alter. Bäm. Haha. Yeah. Und nicht einmal unten gewesen, glaube ich. Also auf dem Boden, nachdem ich einmal in der Luft war. Und dann. Ach, was weiß ich. Hauptsache, ich bin hier durch. Aber ich kapier's nicht, wie, wieso. Und. Wie hätte ich das ohne das Ding schaffen müssen, sollen. Können. Jetzt komm. Komm. Gib mir ein. Ja. Gib mir ein Lächeln, du Pilz. Endlich wieder was bekommen. Was für ne Verrasche. Aber endlich wieder was bekommen. Da, da, da. Du, du, du. Du, du, du. Und jetzt geht's hier lang. Und das ist auch wieder so ein schönes Level. Oh, ich mag diese Level, wo man von Seite zu Seite darf. Das ist sehr toll. So. Zack. Ganz geil. Ganz toll. Das krieg ich auch ohnehin. Äh, shit. Jetzt aber. Haha. Äh, nein, nein, nein. Ich krieg's doch nicht hin. Außer da ist jetzt. Nein, es ist keine Feder. Hä? Ich dachte, ich kann da raufspringen und dann. Oh, hier. I wanna be the guy style. So. Ziemlich nach dem Anfang. Wenn man auf dem Weg zu Mike. TIE-SNIS. Falls das noch jemand weiß. Bloß halt nicht so schwer. Und die Stacheln gehen nach oben und nicht zur Seite. So. Jetzt haben wir's ein bisschen einfacher. Jetzt sind wir klein. Jetzt werden wir nicht so schnell zerquetscht. Toll. Und höher. Und höher. Und höher. Und höher. Und. Wie hoch kannst du gehen? Wie hoch kannst du gehen? Oh, yeah. Äh, shit. 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 Und ab nach oben. Und ab. Und nein. Scheiße. Da muss ich aufpassen. Ganz doll aufpassen muss ich da. Nein. Es kommt auf der anderen Seite raus. Ich hab's gewusst. Ich habe es gewusst. Nein. Das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte auch anders. Ach egal. So komme ich auch weiter. Außer es ist dann weg. Ja. Es ist weg. Na klasse. Ey. Das gibt's noch. Äh. Bleib bei mir. Geht doch. So. So. Und jetzt. Bäm. Bäm. Und dann wieder hoch. Wenn's. Ja. Genau da. Ist. So. 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 Komm. 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 Bäm. Und da gibt's nix. Nur Münzen. Da gibt's auch nur Münzen. Nein. Wenigstens sind das keine Spikes of Instant Death. Sondern. Spikes of nicht ganz so Instant Death. Ah. So komme ich auch gut hoch. Gut. Schön. Schön. Wie weit muss ich noch? Manu. Oh Gott. Oh das ist nicht wahr. Ah. Es geht noch. Es geht noch. Es ist noch nicht ganz so schlimm. Wie es hätte sein können. So. Komm. Komm. Du willst es doch auch. Du willst mich da drauf. Oh. Ich will raus. Ich bin draußen. Yay. Und jetzt kriege ich noch irgendwo eins auf die Fresse. Wetten. Nö. Doch nicht. So. Wieder nur ein Leben. Na toll. Ich glaube die 50 erreiche ich doch nicht mehr. Und wenn ich sie erreiche. Dann werde ich sie in der letzten Welt verlieren. Nicht wahr? Natürlich. So. Wir waren aber glaube ich hier noch nicht drin. Waren wir hier schon drin? Ah. Da geht's nur zum Anfang zurück. Natürlich. Weil da war ja so ein Schloss davor. So. Dann gehen wir erstmal hier wieder lang. So. Dann geht es noch ein Stück weiter in der Welt. Dodododododom. So. Ich nehme mir mal wieder ein Pilz wenigstens. Sicher ist sicher. Langsam kann ich die Power-Ups doch gebrauchen. Oh. Ich komme schon wieder da rein und sehen wir weiter. Oh, Mansha-Attack. Und wir dürfen drüber laufen. Oh, das ist das Böse. Hier muss man sogar noch... Oh mein Gott. Oh, hier muss man ganz vorsichtig sein. Ein Ruck oder ist es vorbei? Scheiße, Scheiße, Scheiße. Oh, langsam wird's fies. Ey, das war jetzt viel zu lang, ey. Oh Gott. Ah, ah. Ein Glück, dass ich einen Pilz mit hatte. Sonst wäre das nicht so schön geworden. Oh mein Gott, das war ein böses Level. Ein richtig böses Level. Hatte schon fast was von... Naja, fast Kaiso, halb Kaiso, viertel Kaiso. Ach. Na komm, Sternchen noch unten dran und dann haben wir wieder einen... Pilzblumen-Sternmutant. Genau. So, jetzt geh ich auf die Acht. Was ist hier? Was ist hier? Ich hab Angst. Oh, Blumen. Mehr Blumen. Das hätte eigentlich gut klappen können alles. Ah, da komm ich hier nicht rein. Gut. Komm ich hier rein? Nö, komm ich nicht.